Vor zwölf Jahren haben wir Lässe gegründet und vertreiben mittlerweile unsere Produkte in über 50 Ländern. Unsere Marke verbindet Kreativität und Lifestyle mit Nachhaltigkeit und Verantwortung. Begonnen hat alles mit einer Wickeltaschenkollektion. Wir haben uns gefragt, warum können Wickeltaschen nicht auch stylisch und modisch sein? So haben wir die erste Kollektion auf den Markt gebracht, die dann Mode und Lifestyle mit Nachhaltigkeit und Multifunktionalität verbindet. Unser Erfolg und die zahlreichen Auszeichnungen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ideen gibt es ganz viele bei Lässe. Ideen entstehen meistens zusammen im Team. Wir bekommen zum Beispiel ganz viele Ideen von dem Vertrieb, der auf der ganzen Welt unterwegs ist. Wir sammeln dann diese Ideen, es entstehen Bilder im Kopf und dann sitzen wir im Team zusammen und überlegen, was wir aus diesen Bildern machen können. Wie wir die in Produkte umwandeln können. Lässe steht für Lebensfreude und für Kreativität, aber auch eben für eine große Emotionalität und einen ganz besonderen Teamspirit. Und das Verhältnis im Unternehmen ist natürlich geprägt von Vertrautheit und Vertrauen. Wir können uns aufeinander verlassen und das gibt uns sehr viel Kraft und Stärke. Die langjährige und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Partnern spornt uns natürlich an, innovative und nachhaltige Produkte zu produzieren. Nachhaltigkeit ist für uns seit Anbeginn ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und fest verankert in der DNA von Lessig. Nachhaltigkeit spiegelt sich in unseren Produkten, in den Materialien, aber auch in unserem sozialen Engagement. Wir wollen natürlich ein Stück von unserem Erfolg zurückgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017